ich grüße euch ja eine frage die mich erreicht hat bist du immer alleine unterwegs zurzeit schon öfter noch eine person aus dem haushalt wenn dann mit dabei aber im großteil bin ich alleine unterwegs ist der situation geschuldet ja ich wäre gerne mit mehreren leuten unterwegs ich habe auch viele anfragen von euch bekommen das finde ich wirklich super also wir werden auf jeden fall wenn die situation sich mal entspannt hat und für diesen ganzen mist unter kontrolle haben wenn wir gerne zusammen losziehen und packen uns ein taschenmesser und pflaster und rucksack ein den rest den sammeln wir uns in der natur suchen uns unser essen bauen uns unseren unterstand unser lager stühle alles mögliche und dann machen wir mal ja ich sag mal real survival back to the roots simply like the first person on earth herzlichen dank auch noch mal fürs folgen also wenn ihr mich noch nicht kennt abonniert hier einfach mal in der mitte unten hier mache ich noch ein paar videos am rand mit bei und hier oben kommt gerne mal zwischendurch mal so link mit rein macht's gut bleibt gesund und es kann noch besser werden